Das ist sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, ich würde Richtung Spachtel tendieren. A mit einem Spachtel. A die Spachtel. Da würde ich A nehmen, Spachtel. Ein Radiergummi, also das kenne ich noch irgendwie aus der Schulzeit oder so, dass das so genannt wurde. Ich würde sagen C, ein Radiergummi. Das ist C, ein Radiergummi. D. Ich entscheide mich für C. Die Antwort lautet C. Die Kuscheldecke ist natürlich sehr, sehr verlockend, aber ich nehme trotzdem C, den Malerfleece. Keine Ahnung. Das ist A, ein spezieller Schraubenschlüssel. Das ist A, A. Dann machen wir D. Das ist A, Rot, Gelb und Blau. Die Grundfarben. Gelb, Blau, Rot. Da würde ich jetzt A einloggen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist C, ein Produkt zum Abkleben. C. Ja, Prost oder so. Lecker. Aber ist eigentlich schon ein bisschen geil. Silber. Dann los geht's. Das ist gelb. War ja leicht. Das war ja leicht.